Wollen wir mal überlegen. Cassia, Phoenix, Maltail auf jeden Fall. Ein Keltas und Rainer, the good old, die kann ich noch von früher. Maltail halt. Gulda, nee, nicht wirklich. Air Phoenix, Cassia. Ja, und dann übe ich halt so ein bisschen mit Keltusan, aber das ist jetzt auch nicht so. Ja, ist jetzt die Frage, Höllenschreine, ne? Machen wir Anna, Maltail? Oder machen wir Shogal? Ich glaube, die beiden Zweier-Kombos würde ich jetzt erstmal im Auge behalten. Und das machen wir abhängig davon, welche Karte ist und was die Leute picken, oder? Was sagst du? Ja. Das Maugen wird gebannt. Ja, wir picken nicht first, oder? Ja, das wäre ja Vollbanane. Ey, komm, ich prepick mal was anderes, oder? Bevor wir hinterher einloggen. Wir werden ein neues Schicksal. Varian killt das Don't pick Shogal, sagt er Ja, dann einen Supporter haben wir schon Kel'Thuzad, please Ja, was nehmen wir denn dann? Machst du einen Ragnaros? Oh ne, da muss ich ja wieder tanken, ne? Arthas gebannt Die bringen einen aber auch so aus dem Konzept mit ihrem Mister Und wir probieren das mal Okay It's me, Afka! Told you! No Shogal! Der pickt jetzt Murky da unten, wirst du sehen Jetzt kommt ein Leoric Kel'Thuzad Krass Und Deckard Ja, ich hab jetzt kurz gedacht, die machen Doppelsupport Aber... Leoric, okay Pike Solo-Lena for top Entweder gut, sagste Tatsächlich Sehr gut Ich bin gespannt, ich bin, ich bin gespannt Und... Und den für mich Jetzt haben wir keine Fronten Nice! Denkt dran, Shogal ist schuld Sowieso Ja, wir spielen gegen die Wolme aus Auch ein guter Das ist 1960, ne? 1960, ne? Und du weißt, wie das funktioniert Was mit meinem Y? Und du weißt, wie das funktioniert Was mit meinem Y? Und du weißt, wie das funktioniert Der Plinkzell vom Schwubsen Das macht alles irgendwie nicht so viel, ne? Aua, Lila geht top, oder was? Sorry Ah, ich muss mal mit dem Gall die Tasten ändern, glaube ich Quick-Cast ist kacke Sehe ich ja gar nicht, wo die einschlagen hier Egal, ich lass jetzt so BAMS BAMS Also, wenn du siehst... Also, am besten schubst du mich immer aus dem Leo Heat Ding raus, ne? O-Kä das ist mit dem skin teilweise echt schwierig zu erkennen also warum die doppel mage genommen haben ist ja auch nicht so ganz klar verstehe ich auch nicht völlig sinnlos aber das d das lass ich so wie es ist weil da habe ich jetzt noch nicht so plan von wie man das hier wechselt und so das d von dem shogal warte mal quest verstärkt wundensprengung ja genau das wollte ich wissen dass ich dachte du kannst es genauso hin und er aber ja genau dann erinnere mich einfach daran wenn ich das noch mal drücken muss weil du gedrückt hast oder so und dann läuft das krass wir recken die voll ich denke gerade du kannst es explodieren als er jetzt zurückkommt ok du kannst nur noch eine zweite chance ich denke das ich denke jetzt ich denke die aber gut damit schon den so erhöht den schaden von schattenflamme schön die nutze getroffen es hat eine endless quest wenn ich mit der maus drauf gehe ist da kein schrägstrich was ich meinen das wäre ja die quest ist auf jeden fall das ist wie eine ulti quasi wenn du die voll hast bling rf stück haben wir schon bonus auf sprengung 55 ok ok ich bin immer stack gierig normalerweise warum machen wir denn gerade das camp hm hm ja dann haben wir das hier hihihi yes ich wohne sie ich wohne sie ja es komm alle weg ja ja ich habe umgeschaltet drück wieder d drück wieder d ja äh schattensalve oder nether schattensalve gut soll ich das irgendwie ansagen oder einfach durchhämmern wenn ich mein bin nachdem ich meins gemacht habe oder was ok ok nachdem ich die deutsche angezogen habe ok wir haben 16 stacks ah schade ok 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 wenn wir das gewinnen ne wonach es ja aussieht dann schreibe ich erstmal NO CHUGAL PLEASE in den Chat ja klasse ja ja oh o die sind alle so low ne müsste der Genji die eigentlich holen, wenn die nichts mehr haben rin Boah die sind so low, krass Komm Genji Haben wir 22 Quest for Krass Hast du deine Ulti bereit? Ja Mach an Scheiße wir haben es nicht gekriegt ne Und die Stacks gehen weiter man Das ist ja wohl nicht wahr Krass Ah nein Ich habe ihn ja nicht getroffen Drück dich Bam Bam Übel 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 30 Stacks 150 Bonus Schaden Das ist Endless Ja ok Na dann Dann bin ich bei Shogal auf jeden Fall dabei Warte mal jetzt geht es nicht mehr weiter Oder habe ich nur nicht getroffen Doch geht noch weiter Ich habe nicht getroffen Alles klar Kommen wir holen hier ran Ich würde so gerne jetzt schon schreiben aber dann kommt der Hate und wir verlieren es noch Kling Mehr Stacks bitte Viel mehr Stacks 170 Bonus Schaden Ich glaube beim nächsten Mal skille ich auf 1 das mit dem Auge Weil das Auge benutze ich die ganze Zeit auf cooldown Und das mit dem Jump benutzt man seltener Verlangsamen bringt Helden zum Schweigen So Was war das für eine Fail-Action Können wir eigentlich mal hier reinziehen Ja 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 Ok Das kann sein als alle Ja 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 Echt krass Das Also der neue Shogal gefällt mir echt gut Ja Ich würde es so gerne schon schreiben Guck mal auf dem Damage Oh Wir haben noch 3 gegen 5 gemacht Ja ja Ach Mann circumstances Okay, die kommen. Wir sind nur zu... Oh, die sind alle gesilenced. Ich hab Ult, ich hab Ult. Ich hab Ult. Noch mehr Fragen? Hahahaha. Das kriegen wir nicht, wenn wir hart geslowed. Hartbroke, ne. 45 Stacks! 225 Bonus-Shot. Warte mal, ob ich irgendwelche Fragen habe zum Shodal. War gerne behilflich. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. so viel schaden macht also dass das das endlos deckt das ist echt krank das ist echt krank der bisher im late game unbesiegbar ja immer holt ich habe das kipp gekippt alles gut krass 80k der zweite hat 40 aber wir haben hier schon zwei damage dealer dabei ja weil sie meinten wir haben jetzt noch damage ja warte habe ich doch bestimmt ein passendes Bild alter jetzt feeden sie rein oder was jetzt gehen die auf Bord ok ja die Rückliefer besser wir müssen sie nur hier behalten Bernhard ja Ja, wenn die jetzt das Objective kriegen, haben wir tatsächlich noch ein Problem, ne? Ja, okay, go. Ja, ist so schade, ne? Ja. Okay, okay. Also ich hab ult. Ja, steht am besten alle im Plyro Ball. Okay, der wird erstmal reportet für die Beleidigung. Wenn wir das verlieren, ne, wegen dieser Aktion Feeding im Late Game. Ja. Ja. Haben wir auch. Haben wir auch, wirklich. Zieh immer ein Damage rein. Ja, vor allem sind wir keinmal gestorben. Ja. 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 Ja, wir haben es. Ja, nice. Jetzt fahren wir das Ding hoffentlich nach Hause. 78 Stacks. Pulsie. Ja, ist falsch gezielt. Hm. Ich denke schon. Das war echt cool. Kein einzigen Tor. Wir haben uns beide gegenseitig gevotet glaube ich. Keine Votes. Ja. Keine Ahnung, unser Team ist da. Schon krass. Jetzt will der Green Benz doch mitmachen. Ja, nice ey. Zieht das rein. 140k Damage. Ba, 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 bam. Fast das Dreifache vom Platz 2. Was ist da los ey. Ja. 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 Ja.